Munchkin Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Maik und heute rede ich gemeinsam mit Lanze über Munchkin. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Heute haben wir uns wieder getroffen, der Michael und Yves, zum Thema Munchkin. Hallo Michael. Und zwar Munchkin hat ja eigentlich einen mehrdeutigen Begriff. Auf der einen Seite beim Ruhenspiel ist es ja mehr oder weniger die Bezeichnung für einen Powergamer. Also sprich eine Person, die seinen Charakter so hardcore wie möglich, so mächtig wie möglich zu machen. Und auf der anderen Seite ist aber Munchkin auch noch ganz was Witziges, was aber auch in die Richtung geht. Man muss dazu sagen, dass bei uns Munchkin jetzt eigentlich nicht so diesen Verbreitungsgrad hat. Also die Bezeichnung für jetzt Spieler, die quasi Powergamer sind. Also ich kenne das von meinen Jahren und mittlerweile auch schon jahrzehntelangen Rollenspielerei. Wir sagen immer Powergamer dazu. Stimmt, weil es dann auch nimmt man Namen her von Leuten, wo man weiß, dass die Powergamer sind. Wo man sagt, da reißt man dann an Punkt, Punkt, Punkt oder so. Ich kenne das von mir, weil ich habe damals mit AD&T angefangen und da hat es dieses Konzept des ETW-Null gegeben. Das ist mit Rüstungsklasse und das habe ich nie ganz verstanden. Und das ist irgendwie der ETW-Null, weil ich mein alter Feind im Rollenspiel. Da war dann wirklich, wenn irgendwer einen ETW-Null falsch ausgerechnet hat in meiner Gruppe, dann hat es immer geheißen, hast du ein Land zugrissen. Also es trifft auch wie manchmal, was ich ziemlich lustig finde. Ich habe das dann übrigens auch selber dann oft forciert, dass das dann auch so genannt wird. Es passt schon so in die Richtung. Nein, also Munchkin kommt jetzt von der Bezeichnung her, soweit ich weiß, kommt ja von The Wizard of Oz, also der Zauberer von Oz, von Frank L. Baum, wo ja die Dorothy am Anfang jetzt ins Lande Oz mit ihrem Haus da gezogen wird, über den Wirbelwind und dann in einem Dorfland mit so kleinen zwergenartigen Kreaturen oder Wesen, die man so, glaube ich, ein bisschen mit die Umpa Loompas bei Charlie and the Schokoladenfabrik vergleichen kann. Und das sind dort eben die Munchkins. Und interessanterweise hat sich eben dieser Begriff Munchkin dann eben offenbar auf das übertragen in Amerika, was wir Power Gamer nennen und es hat dann irgendwann einmal ein Card Game gegeben oder gibt es seither, seit unverdenkbarer Zeit. Also ich kenne das schon voll lange in Wirklichkeit. Also ich glaube, schon vor 2000 hat es das gegeben. Und zwar ist das von Steve Jackson Games. Also der Steve Jackson hat das mehr oder weniger die Spielmechanik und der John Kowalic hat das illustriert. Und ich glaube, dass die meisten auch den John Kowalic über Munchkin und über diese Zeichnungen, die er dort hat, entsprechend auch erkennen. Es ist auch so, dass Munchkin in Wirklichkeit ein leicht zu erlernendes Kartenspiel ist, das eindeutig auch den Sammler in einem befriedigen kann und das mit dem ganzen Konzept des Rollenspiels einfach so ein bisschen sie drüber lustig macht, muss man ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt es auch deswegen, weil wann man ein Rollenspieler ist und wann man so wie ich jetzt schon relativ lange, also ich mache das jetzt seit ich 18 bin, mittlerweile bin ich bald 38, also man sieht das, so um 2001 habe ich mit Rollenspielen angefangen und habe halt wirklich auch verschiedene Phasen durchlebt. Also wie gesagt, wie zuerst gesagt, ich habe mit AD und D angefangen und dann D und D 3.0, 3.5 und so weiter und so fort. Die verschiedenen Modeerscheinungen auch, die es im Rollenspiel gegeben hat. Wobei ich sicher nicht alle mitgemacht habe. Und das ist dann immer nett, wenn man halt im Munchkin diese Dinge wiedererkennt. Weil das Munchkin ist nicht einfach nur so, wir hauen ein Klischee aufs andere drauf, sondern es ist einfach, man merkt, dass die Leute, die das designt haben, sich einfach mit Rollenspiel und mit der Szene auskennen und dementsprechend sie auch gut drüber lustig machen können und drüber lustig machen dürfen sozusagen. Definitiv, ja. Also ich glaube, es gibt keine Karten, die ich bis dato gesehen habe, die nicht irgendwie lustig oder die Realität, falls realitätsbezogen ist, stark überzeichnet. Das stimmt, das stimmt ja. Man hat vor allem auch Folgendes, dass man gerade das Grundspiel, also das Munchkin-Klassik mehr oder weniger oder Munchkin-Fantasy sagt man mittlerweile dazu, das bezieht sich ja sehr stark auf Dungeons & Dragons und dort erkennt man einfach auch viele Monster wieder, die halt irgendwie verballhornt worden sind und so weiter. Und das ist auch in Wirklichkeit, wenn man sich das anschaut, von der Spielmechanik her spielt es im Wesentlichen jetzt Dungeons & Dragons wieder. Ja, nicht nur Dungeons & Dragons, aber im Prinzip so. Das Grundspiel ist ja eigentlich definitiv ausgerichtet auf die Inti. Ganz genau, ganz genau. Es heißt auf der Munchkin-Packung immer, töte das Monster, stehle den Schatz und betrüge deine Kameraden. Also kill the monster, steal the treasure, stab your body. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiges Konzept bei Munchkin. Es geht nicht nur darum, so rein D&D-technisch einfach hochzuleveln und einfach unglaublich stark zu werden und einfach alles, was Beine hat, als laufende Experience Points zu behandeln. Sondern es geht auch sehr klar darum, dass man den anderen im Spiel, ich sage mal, Steine in den Weg legt. Und aus dem ergibt sich eigentlich der meiste Spaß an dieser ganzen Sache auch. Also dass sozusagen die Spieler eigentlich nicht gemeinsam gegen Spiel oder gemeinsam gegen den Dungeon Master, wenn man das so möchte, spielen, sondern sozusagen jeder nur so lange der Freund vom anderen ist, bis er das Gefühl hat, er übervorteilt oder wird übervorteilt. Das Spiel begünstigt es auch total. Was mir zum Beispiel wahnsinnig gut gefällt, das habe ich immer wieder gerne auch genutzt, Munchkin-Inherent sind natürlich auch Regeldiskussionen. Also man muss natürlich über Regeln diskutieren. Es hat anders keinen Sinn. Es kann im Rollenspiel wahnsinnig viel über Regeln diskutiert werden. Und es steht explizit in dieser kurzen Anleitung, weil das Spiel selber von den Mechaniken ist wahnsinnig einfach, da steht explizit drinnen, wenn es zu Regeldiskussionen kommt oder solche Meinungsverschiedenheiten, dann sind diese durch lautes Anschreien zu lösen, wobei im Zweifel der gewinnt, dem das Spiel kehrt. Kommen wir zu dem, wie spielen wir Munchkin. Machen wir einfach mal so die einzelnen Phasen durch, die jeder macht, beziehungsweise die Vorbereitung ist ja relativ einfach. Zwei Kartenstapel mischen und hinlegen. Genau, also es gibt im Prinzip zwei Orten von Karten, die übrigens in jeder Munchkin-Inkarnation gleich sind. Es gibt immer die Dungeon- oder Türkarten und die Schatzkarten. Und in Wirklichkeit ist es so, dass man einfach da entsprechend zwei Stapel macht und am Anfang jeder Spieler halt eine gewisse, das kann man sich auch ausmachen entsprechend, eine gewisse Anzahl von Türkarten und Schatzkarten bekommt. Und grundsätzlich ist es so, die Schatzkarten, da sind einfach Dinge drinnen wie Ausrüstungsgegenstände. Also ich starte sozusagen auf Level 1 und bin quasi ein Mensch meines Geschlechts auf Level 1. Warum ich das auch mit Geschlecht und mit Menschen so herauskehre, ist das, dass es in alle Munchkin-Spiele oder in so ziemlich alle Munchkin-Spiele verschiedene Klassen, beziehungsweise auch oft Rassen gibt. Also im klassischen Munchkin kann man eben nicht nur sein ein Mensch, sondern man kann eben auch sein ein Elf oder ein Zwerg. Das hat dann den Vorteil, dass man gewisse Rassenvorteile hat. Genauso kann man eine Klasse haben. Das ist zum Beispiel Krieger oder Kleriker oder Zauberer. Das hat man dann sogenannte Klassenvorteile. Also dieses Klassen-Rassen-Konzept, was wir von D&D eben kennen, das ist auch dort durchgezogen. Aber grundsätzlich startet man eben als Mensch Level 1 mit dem eigenen Geschlecht, weil es gibt nämlich dann auch Karten, wo man dann sozusagen das Geschlecht ändert und dadurch Vor- oder Nachteile erlangt. Grundsätzlich geht es dann darum, dass jeder Spieler mal als erster eine Türkarte offen aufdeckt. Und idealerweise ist hinter dieser Türkarte ein Monster. Dieses Monster hat eine Stufe. Und wenn man jetzt dieses Monster besiegen möchte, dann muss die eigene Stufe, und zwar die eigene Stufe, die man derzeit hat, plus die Stufen, die sich aus den Ausrüstungsgegenständen ergeben, muss einfach größer sein wie von dem Monster. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Level 1 bin und ich habe einen Ausrüstungsgegenstand, der ist Level 2 oder gibt mir Plus 2, dann bin ich quasi Gesamt-Level 3. Und wenn da ein Monster zieht, was das Level 2 ist, dann besiege ich das Monster. Was hat das für einen Vorteil? Sobald ich ein Monster besiege, steige ich ein Level auf, gibt ein Monster, wo ich 2 Level aufsteige und darf mir Schatzkarten nehmen, die entsprechend wieder weitere Ausrüstungsgegenstände haben, beinhalten, die ich entweder direkt anlegen kann oder die man halt sozusagen in meinen nimmervollen Rucksack hineingeben kann. Also die Karten muss ich dann nicht auf der Hand behalten, weil ich darf nur, soweit ich mich jetzt erinnere, 5 Karten noch meinen Zug auf der Hand haben. Oder anderen müsste ich quasi in der sogenannten milden Gabe an die Spieler geben, die niedrigere Stufen haben als ich, ausnahme der Zwerg, die darf mehr Karten haben im Grundspiel. Aber grundsätzlich kann ich sämtliche Ausrüstungsgegenstände auch sozusagen hinunterlegen. Also man muss die Karten sozusagen aufs Querformat drehen. Aber auf jeden Fall kann man da eben dann die Ausrüstungsgegenstände entsprechend quasi lagern. Grundsätzlich wird man immer alle Ausrüstungsgegenstände sofort anlegen. Es gibt aber welche, die zum Beispiel so nur einmal verwendbar sind. Das sind klassisch irgendwelche Heiltränke, irgendwelche Stärketränke oder so weiter. Beziehungsweise gibt es auch Ausrüstungsgegenstände, die zum Beispiel nur von einer gewissen Klasse genutzt werden können oder einer gewissen Rasse genutzt werden können. Wichtig ist da, das Spiel erlaubt sehr wohl, dass ich einfach diese Karten ebenfalls nutze, also dass ich quasi schummele. Das ist explizit in den Regeln erlaubt. Ich darf mich halt nur nicht erwischen lassen. Also das Spiel sagt, also wenn ich erwischt werde von einem anderen Charakter, also von einem anderen Spieler, dann sozusagen muss ich das korrigieren. Da kommt es dann immer zu so nette Sachen. Oh, das habe ich nicht gelesen und so weiter. Also das ist aber auch sehr, sehr amikal, die ganze Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich habe gesagt, so steige ich eben die Stufen auf. Die andere Möglichkeit ist, also wenn hinter der Tür jetzt etwas anderes, also kein Monster, es gibt manchmal die Geschichte, dass zum Beispiel ein Fluch dahinter ist, der mich dann sofort trifft, oder etwas anderes, dann kann ich auf Ärger aus sein und quasi ein Monster aus meiner eigenen Hand spielen. Das kann nämlich manchmal sein, dass ich eben, also gerade am Anfang halt, wo ich ja auch Türkarten bekomme, dort ein Monster bekomme und dieses Monster kann ich mir in meinem eigenen Zug ausspielen, um sozusagen dagegen zu kämpfen und sozusagen da einen Levelaufstieg kontrolliert zu provozieren. Was ich dann auch noch tun kann, ist, dass ich den Raum durchsuche und dann eine zweite Türkarte verdeckt nehme. Also die erste Türkarte muss ich immer offen auslegen, damit es alle sehen. Und wenn das eben kein Monster ist, das ich besiege, sondern etwas anderes, dann kann ich eben zuerst auf Ärger aus sein, wenn ich selbst den Monster auf der Hand habe. Oder ich kann dann noch den Monster, beziehungsweise generell kann ich den Raum durchsuchen und kann eben dann noch eine zusätzliche Türkarte sichern. Also man sieht recht gut, dass sozusagen der Kampf gegen ein Monster oder der Kampf gegen mehrere Monster sozusagen eigentlich das Hauptspiel ist. Nur, da kommen wir jetzt auch zu dem, weil es hat jetzt erst heißen, oder es heißt ja am Deckel drauf, Step Your Body, also quasi hintergehe deinen Kumpanen. Natürlich, wenn jetzt jeder einfach nur aufsteigt, dann ist irgendwann einmal einer der Erste auf Level 10 und hat damit das Spiel gewonnen. Das ist uninteressant. Das heißt, es geht nicht nur darum, selbst möglichst rasch auf Level 10 aufzusteigen, sondern darüber hinaus die anderen zu hindern, auf ein Level aufzusteigen. Das bedeutet einfach, dass man eher sozusagen in diese Kämpfe eingreift. Das kann zum Beispiel sein, indem man dann, es gibt so Karten, das sind sogenannte Monsterverstärker oder Karten, das sind einmal Verstärkungseffekte, wo dann immer draufsteht, egal für welche Seite, wo man zum Beispiel das Monster stärker machen kann. Also, das ist ein Monster Level 2, ich bin Level 3 und irgendwer anderer hat noch einen Stärketrank plus 2, den haut er dann da drauf und auf einmal ist das Monster Level 4 und ich würde verlieren. Da ergeben sich recht nette Situationen, weil je mehr das Spiel fortschreitet, desto mehr haben die Leute auf der Hand und auch in ihren Rucksäcken. und da kann man wirklich dann die Monster und den eigenen Charakter so hoch leveln, das ist ein Wahnsinn. Also, das ist dann recht nett, da wird es dann auch ein bisschen zum Rechnen sozusagen. Was da ganz nett ist, wie gesagt, andererseits eben, ich kann sowohl den Mitspieler stärker machen, wie auch das Monster stärker machen. Es gibt dann auch so Karten, die nennen sich Wandern des Monster, da kann ich dann zusätzlich ein eigenes Monster von meiner eigenen Hand dazu tun. Ich kann natürlich auch dem Spieler helfen. Also, der Spieler kann um Hilfe bitten, kann zu irgendjemandem sagen, hey, pass auf, zu zweit schaffen wir das und dann geht meistens das Handeln recht gut los, weil der andere sagt dann, ja, natürlich kann ich da helfen, aber weißt du, ich meine, du kriegst da jetzt eh schon eine Stufen und das Monster gibt uns zwei Schätze. Ich will die zwei Schätze. Dann sagt man natürlich, nein, du kriegst einen Schatz, nicht mehr. Dann sagt der andere, okay, gut, aber ich suche aus, welchen Schatz ich kriege und den anderen kriegst du. Also, da gibt es dann ziemlich nette Streitgespräche, wo sich dann die Leute anbieten und sagen, nein, ich hüfte nur für einen Schatz oder nein, das passt schon. Schau, der andere, der hat eh schon so eine hohe Stufen, müsste ihn jetzt nur verstärken sozusagen. Also, das ist recht lässig eigentlich. Und wenn sozusagen der Kampf für mich negativ ausgeht, sei es jetzt, weil mir keiner hüft oder sei es jetzt, weil irgendwann einmal alle Buff-Karten, also sozusagen alle Verstärker-Karten auf den Tisch gelegt wurden, dann würden die sogenannten schlimmen Dinge passieren. Also, schlimme Dinge, das ist bei jedem Monster irgendwie separat beschrieben, dass man eine Stufe verliert, dass man sein Schuhwerk verliert, dass man seine Klasse verliert, seine Rasse verliert und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass ich entsprechend flüchte vor dem Monster. Also, wenn es blöd ausschaut, kann ich flüchten, dann muss ich quasi würfeln und das ist übrigens das einzige Mal, wo ich würfeln muss in dem Spiel. Und bei einer 5- oder 6, also einem 6-seitigen Würfel, dann entkomme ich dem Monster und damit mit den schlimmen Dingen, steige natürlich keine Stufe auf, kriege ja keinen Schatz. Natürlich gibt es auch da Karten, wo andere Spieler den Würfelwurf beeinflussen können. Also der sagt, nein, der Würfel, der ist jetzt falsch gefallen, das ist eigentlich ein Dreier und die passieren jetzt die schlimmen Dinge. Ich kann theoretisch auch sterben, also ich kann nicht nur ein Level verlieren, sondern ich kann auch sterben. Das ist auch recht nett, weil in dem Fall ist es so, dass die Klasse und Rasse in Wirklichkeit gleich bleibt. Aber ich kriege einfach ein neues Equipment. Also das ist so quasi, ja, mein Charakter ist jetzt gestorben, das ist jetzt blöd, ich mache mir einfach einen neuen, der aber eh genauso ist wie mein Alter. Und was passiert dann mit den Gegenständen, die der getötete Charakter gehabt hat bis dato? Ja, die werden entsprechend verteilt. Das heißt, die werden aufgeteilt unter den anderen Mitspielen? Ganz genau. Das kennen wir auch als Rollenspielrunden, immer wenn ein Charakter stirbt, wird er ja trotzdem gelootet. Also das ist ja, Grabräuberei ist ja ein Gentleman's Delikt offenbar im T&T, habe ich so das Gefühl. Und bei sämtlichen Gruppen, oder man ist nett und lässt es ja mal, aber in dem Fall gibt es das Spiel nicht her, sozusagen. Der kriegt dann natürlich wieder eine neue Hand, sozusagen. Also der startet sozusagen wieder, auch auf der Stufe durchaus, startet er wieder mit einer Beginnerhand, also wieder einige Türkarten und einige Ausrüstungskarten. Also die Karten sind jetzt kleiner als normale Spielkarten. Ich weiß nicht, ob das ein amerikanisches Format ist oder nicht, keine Ahnung. Also unsere Karten sind ja meistens größer. Sie haben von der Kresse her so ein bisschen die Größe von diesen Rohstoffkarten bei Siedler von Kardan. Also schon ein bisschen größer fast, aber es sind jetzt keine normalen, wie zum Beispiel Pokerkarten oder so. Das sind sicher um ungefähr ein Drittel kleiner, wenn nicht sogar mehr. Es steht alles drauf. Also es ist immer Name vom Monster, beziehungsweise die Stufe und Abüt und halt auch die entsprechende Beschreibung. Genauso bei den Klassen- und Rassenkarten, genauso übrigens auch bei den Gegenstandskarten. Also Gegenstandskarten steht immer drauf, was ist das für Gegenstand. Kleine und meistens eine ziemlich witzige Illustration, eben meistens von John Kowalic. Und dann eben noch in dem Fall, was eben allfällige Vorteile sind zusätzlich zur Stufe. Und was bei den Dingen ganz wichtig ist, bei den Ausrüstungskarten, ist der Preis. Natürlich gibt es die Möglichkeit, sozusagen zu handeln, dass man sagt, okay, passt, ich sehe jetzt, du Mitspieler hast jetzt den Gegenstand und ich habe da zwei Gegenstände, die haben jetzt zumindest den gleichen Wert von Gold her. Ich meine, die Währung ist wurscht, im Grundspiel hast du Gold. Wollen wir nicht tauschen, sozusagen. Also quasi du verkaufst mir den gleichen Wert und so weiter. Und das muss man sich natürlich nicht halten. Also dass man sagt, okay, manchmal ist es auch so, dass ich sage, du pass auf, du kannst da diesen Gegenstand eh nicht brauchen, weil er ist für Zwerge und ich bin ein Zwerg, aber du bist, was weiß ich, ein Krieger und ich habe da was, was ich als Zwerg nicht nutzen kann, weil ich ja kein Krieger noch bin. Also kannst du da jetzt, also das ist eine Möglichkeit. Aber das Gold, also der Wert der Gegenstände, hat insofern einen recht wichtigen Charakter, sage ich jetzt einmal, weil du nicht nur durch Kämpfen aufsteigen kannst. Es gibt einerseits die Möglichkeit, dass du eben, wie ich schon gesagt, durch Kämpfen aufsteigst, aber es gibt nur zwei andere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer zwei ist, dass du eben bei den Schatz, stellen wir es auch bei den Türkarten, dann einfach eine Karte findest, wo draufsteht, das und das, was ich zum Beispiel, den Spielleiter auf eine Pizza einladen, du gewinnst eine Stufe, also meistens solche Geschichten und dann steigt man sofort eine Stufe auf. Du kannst aber auch deine Sachen quasi verkaufen, also quasi in den Schatzstapel wieder hineinlegen, in den Schatzablagestapel und für je 1000 Gold kannst du eine Stufe kaufen. Das heißt, wenn du jetzt sagen wir 3000 Gold in Gegenständen angesammelt hättest, die du nicht brauchst, kannst du auf einmal drei Stufen aufsteigen. Wichtig ist nur eins, dass du die letzte Stufe, im Grundspiel ist es die neunte auf die zehnte Stufe, kannst du an sich nur durch Kampf oder eine Sonderkarte aufsteigen, sonst geht das nicht. Wobei, was so nett ist, ist das, dass am Anfang schaut halt jeder, dass er seinen Charakter ein bisschen aufbaut, auflevelt, so ein bisschen Monster besiegen und so ein bisschen halt einfach stärker werden mit mehr Gegenständen und so weiter und zum Schluss, das ist recht nett, da sitzt da jeder schon mit Mörder für Gegenstände da und mit Mörder-Buffs und dann also Stufe 8 und 9, also sobald einmal ein Spiel eine Stufe 8 ist, ist er ganz klar im Fokus. Also der muss bei den Kämpfern dann schon wirklich schauen, weil da wird einfach alles einig gespielt, was geht. Grundsätzlich ist die Regeln nochmal, hat sie seit Temps außergekommen ist, seit Anfang der 2000 anscheinend, hat sie da für die Regeln irgendwas von dem Grundkonzept her geändert oder nur Feinheiten oder eigentlich ist es schon von Anfang an genau das Regel-Korsett? Es ist eigentlich von Anfang an das Regel-Korsett, es sind nur bei den Erweiterungen und da gibt es ganz schön viel, muss man ganz ehrlich sagen, sind gewisse weitere, sage ich mal, Erweiterungen der Regeln eigentlich gekommen. Also es ist zum Beispiel so, dass es mit Munchkin 4, glaube ich, da sind dann Dings eingeführt worden, Reittiere, ich glaube, das heißt auf Englisch Need for Steed, was ich ziemlich lustig finde, da sind Reittiere eingeführt worden, wo man quasi dann eben da, also generell ist es so, es hat dann am Anfang, war man halt alleine, man hat dann, irgendwann hat man dann mal Henschmein gekriegt, also so quasi Sidekicks, dann eben Reittiere, es gibt dann andere Varianten, wo man halt dann Fahrzeuge hat, statt die Reittiere, also es gibt zum Beispiel die Science-Fiction-Version, das ist das Star Munchkin, da sind dann Raumschiffe eingeführt worden, die halt auch einen entsprechenden Buff geben, es gibt dann größere Karten, also die sind sofort die Größe von der Packung, das sind Räume, wo quasi man in einem Raum betritt und diese Räume werden dann, also gelten dann für die ganze Gruppen für einen gewissen Zeitraum, also es hat einfach Regelerweiterungen gegeben, oder zum Beispiel, was mir beim Star Munchkin sehr gut gefällt, da gibt es die sogenannte Acer-Regelung, also es gibt dort verschiedene Waffen, da gibt es einen Laser, dann gibt es einen Phaser, einen Taser und so weiter, und es gibt die Regelung, dass man quasi, das sind so sogenannte Einhandwaffen, also man hat ja immer zwei Hände, dann Platz für Schuhwerk, einen Kopf und ja, das war's, man gibt dann aber Karten, wo man dann eine dritte Hand kriegt oder einen zweiten Kopf und so weiter, wo man dann zwei Kopfbedeckungen aufsetzen kann und so weiter und da ist es immer so, dass man, man kann immer nur, also entweder zwei Einhandwaffen oder eine Zweihandwaffe sozusagen besitzen und die Zweihandwaffe, man hat quasi aus dieser Einhandwaffe Acer, also alle, die mit Acer enden sozusagen, also einen Taser, einen Phaser, einen Laser und so weiter, kann man quasi, die kann man zusammenbauen, da legt man dann die Karten übereinander und man hat dann quasi eine Zweihandwaffe, die halt ein Acer, Phaser, Razer ist oder so, also das ist die, da kann man, da kann man wahnsinnig viel bauen und das Schöne ist dann das, es gibt dann beim Starmanch Game, gibt es dann die wahnsinnig gute Karten, die heißt Gaffer-Tap, ja, und da kann man dann, also eine Waffe auf eine andere einfach draufgaffern und da kann man, da gibt es wirklich die Möglichkeit, also wenn man, wenn man auf das schaut, dass man diese ganzen, ich glaube es gibt fünf oder sechs so Acer-Karten oder so Acer-Waffen-Karten, wenn man die alle hat und dann nur zusätzlich darunter ein Lichtschwert dran klebt, weil man es halt kann, ja, und dann hat man einfach den Mörder, Mördergegenstand, also das ist, das ist schon recht nett, ja, oder zum Beispiel sind, es gibt auch ein Munchkin Cthulhu, da sind dann zum Beispiel Geisteskrankheiten dazugekommen in der Erweiterung, das war dann so eine Erweiterung vom Fluch, also diese, diese Geschichten gibt es, oder es gibt zum Beispiel das Munchkin Zombie, da gibt es dann so eine Untotenregelung, also es ist, es ist ganz unterschiedlich, weil zum Beispiel jetzt im Starmanchkin, hat man natürlich, die Geschichte mit dem Fluch funktioniert nicht so gut, das funktioniert eher in den Fantasy Varianten und je nachdem, also da gibt es kleinere Anpassungen, aber wie du schon sagst, das Grundkonzept ist eigentlich gleich. Das heißt im Endeffekt, wenn ich sage, okay, ich will das Spiel kennenlernen, falls ich es noch nicht kenne, dann nehmen wir einmal so die Basisversion und gut ist. Da ist jetzt die Frage, was ist die Basisversion? Die Basisversion ist mittlerweile schon schwierig, also es gibt definitiv die Basisversion Munchkin, was im Prinzip jetzt des Munchkin Fantasy ist, aber, und das taugt mir, es gibt quasi wahnsinnig viele Versionen von dem Grundspiel, und zwar so für jeden Geschmack. Also es gibt, wenn ich jetzt so durchscheue, ich schaue da zum Beispiel auf Wikipedia Meets und bin da selber ein bisschen erstaunt, es gibt eben, also die bekannteste Linie sozusagen ist definitiv, ist Standard Munchkin, wo es glaube ich auch schon, was ich weiß nicht, zehn Erweiterungen gibt. Es gibt dann, das nächstbekannteste ist eben das Star Munchkin, das ist also alles Science Fiction, da gibt es auch schon einige Erweiterungen. Nachher kommt dann mit, zumindest im deutschsprachigen Raum, glaube ich jetzt drei Erweiterungen, ist Munchkin Cthulhu, das auch sehr, sehr bekannt ist, aber es gibt noch extrem viele andere. Also es gibt zum Beispiel das Munchkin Foo, das ist mehr so auf die Eastern. Es gibt Munchkin Impossible, das war so, da gibt es aber eher nur, glaube ich, eins. Das war eben so vom Thema her diese Agentenfilme. Es gibt das Munchkin Piraten, was halt so auch in Richtung Flucht der Karibik und so weiter ist. Es gibt The Good, The Bad and The Munchkin, das ist sozusagen das ganze Western-Setting. Ja, das, es gibt wahnsinnig viel. Wenn ich da schaue, es gibt Munchkin Apocalypse, das ist so Ende der Welt, was zum Beispiel mittlerweile, glaube ich, auch schon zwei oder drei gibt, unter anderem eins, wo dann Munchkin Apocalypse, Mars-E-Tags zum Beispiel gibt und so weiter. Es gibt mittlerweile Munchkin Pathfinder, also quasi eine eigene, wirklich auf die konkrete Welt zugeschnittenes Munchkin. Ja, es gibt der Munchkin Marvel, der Munchkin Starfinder, der Munchkin Teenage Mutant Ninja Turtles, jetzt ganz neig. Was mir sehr gefreut, der Munchkin Warhammer 40.000. Also wir haben immer so, wenn man Munchkin 40.000 spielen wollte, dann haben wir einfach immer, es ist da Munchkin und es ist Fantasy Munchkin gemischt. Mittlerweile gibt es ja bei Eigenes, wo es auch schon wieder, zumindest im deutschsprachigen Raum, gibt es zwei Erweiterungen jetzt. Das eine heißt Glaube und Geballer und das andere weiß ich jetzt gar nicht. Zorn und zauberer Danke. Man muss nämlich eins dazu sagen, dass im deutschsprachigen Raum oft die Erweiterungen gesammelt werden. Also es gibt zum Beispiel Munchkin Cthulhu, gibt es eben die Grundbox und dann gibt es mehrere Erweiterungen und diese Erweiterungen sind in zwei Erweiterungspackungen für den deutschsprachigen Raum sozusagen gesammelt worden. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, es gibt eine Erweiterung auf Englisch, ist das nicht zwangsläufig gleich zu sehen mit der Erweiterung auf Deutsch. Aber ich glaube, das hat irgendwas mit der Kartenansatzung da, weil wenn ich gerade diese Übersicht da anschaue, die du auch offensichtlich vor dir hast, ist im klassischen Grundspiel so eine 108 Sets Karten drin, beziehungsweise bei jedem eigenständigen Spiel. Ja. Und die Erweiterungen sind ja meistens irgendwas zwischen 15 und nicht recht mehr Karten mit unter. Ja, also sie haben koppelte Erweiterungen, manchmal Booster-Packs sozusagen. Und diese Booster-Packs, die gibt es ja bei uns nicht so, sondern bei uns werden die wirklich in diese kleinen Schachteln verkauft. Also wenn man da zum Beispiel schaut, es gibt eben Munchkin Cthulhu, dann gibt es eben Munchkin Cthulhu 2, The Call of Cthulhu. Das ist eine separate Erweiterung und dann gibt es Munchkin 3, die Unspeakable Vault und Crazed Caverns. Und Crazed Caverns und die Unspeakable Vault, Unspeakable Vault ist übrigens ein Webcomic zu Cthulhu, also da hat es dann einen anderen Designer gegeben, die haben es glaube ich in eins zusammengepackt. Aber wenn ich da jetzt gerade schaue, es gibt jetzt vom normalen Munchkin, gibt es also neun. Das letzte ist Jurassic Snark. Aber genau, als Vierer war Need for Steed, dann gibt es 6, 6.5 und braucht man offenbar more good cards oder Munchkin 7, Cheat with both hands. Ja, lauter diese Geschichten. Also es ist ein Wahnsinn. Und es gibt generische Expansions, das ist auch ganz nett. Es gibt zum Beispiel Munchkin Conan, also Munchkin Conan the Barbarian. Das ist im Prinzip ein Boosters-Pack, war das zuerst und es gibt aber jetzt ein eigenes Basisset. Also das heißt, es gibt so gewisse Dinge, die sind einfach größer und kleiner. Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal muss man die eben eben mit einem Basisset entsprechend spülen, manchmal gehen sie theoretisch alleine. Also zum Beispiel Munchkin Conan the Barbarian, da gibt es ein eigenes Base-Set, mit dem kann man alleine auch spielen. Aber es eignet sich zum Beispiel recht gut, wenn man sagt Conan, das ja stellen wir so ein bisschen in die Richtung Lovecraft geht, dass man zum Beispiel sagt, man macht da jetzt ein bisschen mit, man mischt jetzt zum Beispiel mit Munchkin Cthulhu beispielsweise. Also das ist eine Möglichkeit. Weil du vorhin gemeint hast, bevor das Warhammer 40k Munchkin rausgekommen ist, dass ihr das einfach zwei andere Versionen miteinander gemischt habt. Geht das generell oder muss ich da auf etwas aufpassen oder gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks oder irgendwelche selbst, irgendwelche Erweiterungen, damit ich das machen kann? Also grundsätzlich ist es so, und das ist auch toll, dass man in Wirklichkeit alle, also jetzt einmal alle Grundspiele, die Erweiterungen natürlich, die machen keinen Sinn, wenn ich es jetzt mit einem anderen Grundspiel spiele. Aber alle Grundspiele kann ich an sich auch mischen. Also die haue ich einfach zusammen. Ob ich da jetzt verschiedene Stapel mache, also zwar dann nicht einen Türstapel und einen Schatzkartenstapel, sondern einfach einen Schatzstapel und einen Türstapel oder so, das ist für mich egal. Also das ist wie das Spiel. Es gibt tatsächlich, es gibt den sogenannten Munchkin Blender, also Blender im Sinne von, also wie heißen diese Dinge auf Deutsch? Mixer. Danke. Da ist zum Beispiel so, also da gibt es Regeln dafür und auch extra zusätzliche Karten. Also das ist wichtig, es kommen immer zusätzliche Karten bei Munchkin, was irgendwie auch so einen eigenen Charme hat. Aber in Wirklichkeit braucht man einen Munchkin Blender nicht unbedingt. Das ist möglich, braucht man aber nicht unbedingt. Also wir zum Beispiel haben einmal gemacht, also ich habe da Zeit lang einmal, da habe ich mir eigene Hausregeln wieder zusätzlich ausgetaucht, haben wir sogenannte Munchkin Holdems gespielt. Und die Munchkin Holdems, da ist wirklich immer darum gegangen, wie viele Dinge können wir mischen oder wie schräg kann es sein. Wir haben dann zum Beispiel mal ein Munchkin Firefly gespielt. Da haben wir einfach das Western-Munchkin mit dem Star-Munchkin gemischt, weil Firefly ist ja Koppels im Weltraum sozusagen. Wir haben dann zum Beispiel einmal eben, das war so der Abschluss von dieser Munchkin Holdem-Reihe, haben wir dann im Warhammer Munchkin Warhamster, so habe ich es genannt, gespielt. Warhamster deswegen, weil beim John Kowalit, der hat ja der Dark Tower-Comic-Serie oder Webcomic, und da gibt es eben nicht das Warhammer, sondern es war Hamster. Und darum habe ich das damals genannt, Warhamster 40.000. Und da haben wir wirklich gemischt. Ich glaube, es ist Grundspiel Munchkin mit zwei Erweiterungen, Star-Munchkin mit Erweiterung und Munchkin Cthulhu mit einer Erweiterung, weil außerirdische Horror und so weiter. Also das war schon ein ziemlich hoher Kartenstapel. Definitiv. Also wir haben das einfach zusammen gemischt. Das Ding hat dann schon, sage ich mal, fast sieben Zentimeter Höhe gehabt, waren sogar zehn oder mehr. Und ja, also da haben wir dann gespielt. Nur wir haben es halt immer so gemacht, wir haben halt einen Schatzstapel gehabt und einen Türstapel. Und man hat halt dann entweder eine Türe oder eine Türe in einem Spukhaus oder einen Shot aufgestoßen. Und das Gute ist, es ist dann auch egal, weil man kann zum Beispiel, es gibt jetzt zum Beispiel bei Munchkin Cthulhu gibt es halt keine Rassen, sondern gibt es halt nur Klassen. Also ich zum Beispiel Monsterjäger. Bei Munchkin Fantasy, also beim Grundmunchkin und beim Star-Munchkin gibt es halt auch Rassen. Also was ich zum Beispiel ein Insektenalien oder ein Elf. Und es gibt dann zum Beispiel auch die Karte Halbblut, wo man dann quasi zwei Rassenkarten haben kann. Und das hat dann dazu geführt, dass eben einer bei uns war, ein Monsterjäger, Halbelf-Insektenalien. mit einerseits, mit irgendwelche, also ich glaube mit einem so einem Necronomicon und einem Acer-Phaser. Da waren wir recht stolz drauf. Also das geht. Es wird halt dann einfach ganz weird. Und was das Gute ist, ist das, dass in die Munchkin-Spiele, also in die Spielanleitungen selber, eigentlich immer auch drinnen steht, wie man Dinge gut kombinieren kann. Also wenn man sagt, okay, man muss halt zum Beispiel jetzt einen Untoten, in dem Spiel muss man halt alles das und das in einem anderen Spiel sehen, zum Beispiel. Die Grundkonzeption, wie wir gesagt haben, geht ja auf die N.T. zurück. Ja. Ja, die N.T. ist im Prinzip das bekannteste Ruhenspiel schlichtweg und das Erste in Wahrheit, oder? Ja, man muss dazu sagen, also bei uns in Österreich, im deutschsprachigen Raum in Europa, gerade weil wir da eben sehr stark in Deutschland draufhängen, glaube ich, hat es von Anfang an so ein bisschen ein Triumph, Rat gegeben. Also wir haben es D&T gehabt, ja, was vielleicht am Anfang nicht ganz so schnell übersetzt worden ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, oder da war ich einfach wirklich noch nicht dabei. Dann hat es auch relativ schnell einmal das Cthulhu gegeben, das auch schon relativ alt ist. Dann ebenfalls natürlich die S.A., was bei uns extrem bekannt ist und natürlich auch, nein, jetzt fällt es mir nicht ein. Midgard wahrscheinlich meinst du. Danke, Midgard, ja, ganz genau, Midgard, ja. Und es ist auch spannend, weil es gibt, also es gibt so alte Abenteuerbände, die haben zum Beispiel, die haben auch Abenteuer drinnen, aber immer die Regeln für D&T, DSA und Midgard. Also das waren einmal wirklich die drei Spiele, Cthulhu oder Call of Cthulhu, wie es auf Englisch heißt, wird, ich glaube, das haben wir eh schon mal in einer vorherigen Folge auch besprochen, auch ganz gerne als zweite Rollenspiel gespielt. und bei den Science-Fiction-Rollenspiele, sage ich immer, ist es ein Kommen und Gehen. Also dass ich da eins irgendwie so wahnsinnig etabliert hätte, wie jetzt zum Beispiel Dungeons & Dragons oder DSA, sehr geehrlich gesagt, nicht. Also es gibt immer wieder zu den ähnlichen Themenwöcher, ich glaube, Traveller ist ziemlich, ziemlich konstant in Wirklichkeit, Mech Warrior, aber zum Beispiel jetzt gerade bei Star Trek und Star Wars und dergleichen, gibt es halt immer wieder verschiedene Systeme von verschiedenen Unternehmen, die jetzt dann zu verschiedenen Zeiten das publizieren. Also dass man sagt, man hätte ein Spiel durchgehend eigentlich nicht. Wobei man auch bei Dungeons & Dragons ja sagen muss, ein System oder mittlerweile mehrere Regelsysteme, mehrere Regele-Editionen, aber trotzdem eigentlich ja verschiedenste Welten. Ja, was ja nämlich die Liste der Publikationen ausschaut oder der Ausrichtungen und Lizenzen, die manchen da verwurstelt mehr oder weniger. Was aber da bei Weihnachtsmann genauso wie, was haben wir noch nicht angesprochen, Rick and Morty. Aber genauso zum Beispiel auch gibt es ein Booster-Pack für ein wunderschönes, nettes Spiel namens Kobolds Ate My Baby. Das ist ein klassisches Beer-and-Bretzel-Rollenspiel. Genau. Genauso auch The Walking Dead aus diversen Dingen. Was haben wir noch da drin? Steampunk. Was haben wir denn da noch? Genau, Marvel ist noch drinnen. Pathfinder natürlich. Also wahrscheinlich der Schwerpunkt ist schlichtweg und ergreifend einfach alles aus amerikanischen Marken sind. Ganz genau, ja. Also da findest du eigentlich nichts Europäisches drinnen. Das ist eigentlich, was ich auch sehr wollte. Und das merkt man halt dann schon stark von dem her. Also es gibt keine DSA drinnen. Gut, das ist sehr klar, weil das ganze Grundspiel so oft das aufgelegt ist. Aber ich habe zum Beispiel auch kein gute Zeiten, schlechte Zeiten oder ähnliches. wo es sowas zum Beispiel massiv anbieten würde in Wahrheit. Das stimmt, das stimmt, ja. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob Rollenspieler große, gute Zeiten, schlechte Zeiten Schauer sind oder so. Keine Ahnung. Aber es stimmt schon, ja. Ich meine, man merkt da, es ist, auch wie das Spiel an sich aufbaut, das ist halt sehr der Glas für mich so eher dieses amerikanische Ort und Weise Rollenspiele zu spielen. Also mehr eben so dieses D&D-lastige. Bei uns, ja, mir kommt manchmal vor, ist jetzt zumindest das, was man eben so mitkriegt, im Rollenspiel schon ein bisschen was anders. Also, stillenweise. Aber ich muss dazu sagen, also ich schaue jetzt keine Play-Sessions auf YouTube von amerikanischen Gruppen. Ich habe jetzt noch nie mit amerikanischen Gruppen gespielt oder Kontakt gehabt. Ich kann es einfach wirklich nicht sagen. Ich meine, was zum Beispiel bei mir ist, ist, man wächst auch mit einer gewissen Tradition auf. Was zum Beispiel ich, man sieht das zum Beispiel in Stranger Things, wo ja die auch D&D-spielen, die haben immer Figuren und Playing-Mats, also so Battle-Maps und so weiter. Das ist was, das haben wir eigentlich noch nie verwendet. Also außer jetzt bei MechWarrior zum Beispiel, ebenfalls im Bereich des Rollenspiels, aber sonst eigentlich nirgends. Also dass ich sage, ich habe jetzt eine D&D-Kampagne und da habe ich meine eigene auch bemalte Figur und die Idee ist da quasi dabei und die werden immer aufgestellt, wenn wir in einem Dungeon sind. Also das war bei uns eigentlich nie der Fall. Aber das ist halt vielleicht einfach so, wie man es kennenlernt und wie man es dann selber macht. Wann dann haben wir das immer, was ich mit Karopapier gemacht oder sowas, zum schnell Visualisieren halt einmal so Schämen oder Skizzenhaft hingemäunt, wenn es wirklich gewesen ist. Aber so richtig Bodenplan hingekneut oder ähnliches, das ist selten bis eigentlich nie passiert. Also so Visualisierung jetzt von einem Dungeon, so was ist in dem Raum oder so, das Aufzeichnen schon, dann erstellen wir es halt, okay, ich stehe da mit einem Würfel und so weiter, das aber nur am ehesten bei D&D, aber sonst sehe ich gar nicht. Also das ist, ja. Interessanterweise ist ja gerade im Cthulhu-Bereich, bemerke ich das zumindest, wenn man auf die ganzen, auf die Dinge dann eher in Richtung Freeform dargestellt werden, also quasi so, wo man dann einfach das ausspült zu einem gewissen Grad und jetzt wieder die Regeln, nur weil ein Hintergrund rückt. Der Grund, warum ich nämlich in die Richtung Grad des Gesprächs lenke, sind zwei Punkte. Nummer eins ist, es gibt ein Brettspiel zum Munchkin, das ich leider selber noch nie spielen habe gekennnet, wo aber die Visualisierung in dem Sinn dann ganz, 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 ganz wichtig ist in Wahrheit, wo man dann wirklich spürt, okay, ich gehe in den Raum und es passieren schlimme Dinge in dem Raum. Also nicht, dass der Charakter dann irgendwie einen Verlust hat automatisch, aber halt dann, dass ein Monster da ist oder ähnlich ist oder Flucht. Und auf der anderen Seite gibt es anscheinend, das ist zumindest auf der Übersicht von Steve Jackson Games, dass sie ein Munchkin-Ruinspiel auch einmal ausgebracht haben. Kann ich beides entsprechend bejahen beziehungsweise bestätigen. Also so, das Munchkin-Quest ist mir gesagt worden, dass es komplizierter ist wie das Quartenspiel. Genau, das ist das Brettspiel. Munchkin-Quest, zumindest so wie ich verstanden habe, bezieht sich ein bisschen auf Hero-Quest, falls das irgendwer kennt. Also so in die Richtung, wobei Hero-Quest eher wieder vom schwarzen Auge kommt, was ich so verstanden habe. Nein, Hero-Quest ist eigentlich eher von der D&D-Geschichte, die damals die Firma, die jetzt Warhammer macht, damals rausgeschmissen hat. Games Workshop, das stimmt, weil es gibt dann ein anderes Spiel, das heißt Star-Quest und bei Star-Quest in Wirklichkeit geht es darum, dass ich Space Marine gegen Tyraniden kämpfe. Aber das war glaube ich so, bevor es überhaupt Warhammer 40.000 gegeben hat, hat es Star-Quest gegeben. Und das, was ich jetzt mitgekriegt habe, anscheinend ist wie ich das gespielt habe als kleiner Bub, war mir das nicht bekannt oder ist mir das nicht aufgefallen, dass die deutsche Version etwas verweichlicht worden ist gegenüber der original englischen bei Star-Quest. Habe ich vor kurzem gelernt in einem anderen Podcast vor dem her, weil so Nullpunkt-Waffen und so weiter, die gibt es schlicht weg nicht im Original, anscheinend, aber wie gesagt. Okay, okay. Nein, ich muss sagen, Star-Quest habe ich nie gespielt, Hero-Quest, habe ich ein, zwei Mal gespielt, das hat mir immer gefallen, einfach auch, weil es damals, ja, in Wirklichkeit für wen, der jetzt die normalen Euro- Euro-Games gewohnt ist, wo ja quasi eher der Spielmechanik im Vordergrund steht, was, wo es viel Mandeln gibt, wo es viel Aufbauten gibt, wo es Plastikmöbel gibt und so weiter, das hat einfach was gehabt, ja, also da, vielleicht ist einfach der Lego-Spieler in mir damals irgendwie da getriggert worden, ich weiß es nicht, aber das hat einfach was gehabt, das ist, es hat dann auch mal gegeben, das habe ich gehabt und lang gespielt, das hat geheißen die Claymore-Saga, das war so, das war damals, das hat einen riesigen Spielplan gehabt, mit sechs Ecke, glaube ich, oder mit acht Ecke, also auch so wabenförmig und das Ding war kein Holz und es war das Plastik und das hat man wie einen Teppich auflegen müssen und da hat man dann quasi so Einheiten umeinander geschoben, die man halt auch bemalen hätte können und so weiter, aber das war stark, weil das war damals mein erstes Spiel, das habe ich auspackt und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt Sachen zusammenkleben offenbar, das war für mich damals absolut, ja, ich weiß nicht, irgendwie so als Kind, das war ja immer so, man hat halt die Pöppel gehabt, mehr oder weniger, glaube ich, heißen die bei den Deutschen zumindest, die Pöppel und so was und die haben halt außer tausend Spiele, also da hat man de facto keine Vorbereitung gehabt und dann auf einmal so was, wo man Sachen bemalen kann und so weiter und so, also fast wie, also so das Bemalen und Zusammenbauen, das habe ich einfach damals nur gekannt von der Modelleisenbau, so mit Landschaftenbau und so weiter, aber das, ich bin ja dann, Jahre später sozusagen, habe ich auch Kontakt eben zur Miniatur-Gameszene gehabt mit dem Warhammer und so weiter, wo ich gesehen habe, was eigentlich alles möglich ist und dass du unbedingt immer einen Zug durchfahren musst, so in die Richtung, sagen wir es einmal so, aber wie gesagt, also Back to Game, also ja, also ich habe so das Gefühl, dass es Munchkin Quest so ein bisschen, das Kind, das Geistige ist vom Hero Quest eben und gespielt habe ich selber noch nicht, das sollte wie gesagt ein bisschen komplizierter sein, es soll aber auch recht viel Spaß machen und das Rollenspiel, glaube ich, ja, also weiß ich, dass es gibt, bin mir nicht sicher, ob ich es nicht sogar irgendwo einmal in der Hand gehabt habe oder ich weiß, meines Wissens, glaube ich, ich habe es noch nie wieder gespielt, den ich kenne, oder ein, zwei Mal oder so, es ist halt insofern spannend, wenn man sagt, man macht ein Rollenspiel, das passiert auf einem Kortenspiel, das passiert auf einem Rollenspiel, das ist so ein bisschen, wenn man eine Buchversion von der Filmversion von Herr der Ringe schreiben würde. Ja, definitiv, meine ich sehe gerade, es gibt anscheinend ein Star-Munchkin-Rollplaying-Game, zumindest ist bei einem großen Online-Händler noch gelistet, mit Stand 1. Mai 2004. Ja, ich glaube, dass das halt auch so ein Bier- und Pretzel-Rollenspiel ist, es gibt wahnsinnig viele Rollenspiel-Systeme, muss ich sagen, also mein alter Spieler hat gesagt, die man halt einmal spielt, die kauft man sich, man spielt es einmal, aber es hat keine Wiederspielwerte, ich würde es Munchkin nicht mindern, weil Munchkin selber hat einfach voll den Wiederspielwert, da gibt es überhaupt nichts, also Munchkin kann man wirklich super spielen, und ich habe vor einiger Zeit jetzt einmal, wie es Munchkin war, immer 40.000 rausgekommen ist, habe ich auch wirklich einmal mit dem gespielt, nur als Grundspiel, und es war wirklich echter Spaß, also das ist, obwohl ich mir natürlich sagen muss, will ich auch nicht verhehlen, dass jetzt Munchkin seine wahnsinnigen großen Zeiten aus meiner Sicht jetzt bei uns schon gesehen hat, weil es gibt wahnsinnig viel Munchkin, nicht alle werden immer auf Deutsch übersetzt, muss man dazu sagen, es hat einmal eine Zeit gegeben, wo so ziemlich alles auf Deutsch übersetzt worden ist, und damals mit Munchkin rausgekommen ist, haben es wirklich alle gespielt, muss man sagen, also da ist bei uns im Rollenspielverein bei der Halle der Helden hat es auch jeder gehabt, jeder kennt, jeder gespielt, da ist dann eher darum gefangen, wer hat welche Variante, wer hat welche Zusatzkarten, weil man hat ja überall irgendwo Zusatzkarten gekriegt, und man muss dazu sagen, dass Munchkin einmal eine recht aktive Turnierszene gehabt hat, also es war früher so, dass das eigentlich so ziemlich auf jeder Rollenspiel-Convention, die es irgendwo gegeben hat, eigentlich Munchkin Turniere stattgefunden haben, das hat sich meiner Beobachtung noch jetzt eher aufgekehrt, also es wird schon hin und wieder noch angeboten, aber dass da voll viel Leute waren, und dass da extra Sonderkarten dafür gedruckt haben, und so weiter, die Geschichten, ja, haben sich meines Erachtens aufgekehrt. Kann das vielleicht auch sein, dass Munchkin damals speziell die Leute gespielt haben, die gesagt haben, sie wollen ein schnelles Kartenspiel haben, das nebenbei geht, nicht so eine Tiefe haben muss wie ein Rollenspiel, und auf der anderen Seite nicht so diesen Sammler-Trieb, den übertriebenen für manche, wie diese Magic-Geschichten gehabt haben, weil Magic ja ähnlich rausgekommen ist, also ich glaube, Magic ist aber ja auch vorher rausgekommen, wenn man nicht richtig, wenn man nicht falsch. Naja, Magic ist was anders, also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, für mich, ich bin jetzt kein Magic-Spieler, ich beobachte die Magic-Szene ein bisschen einfach, weil ich es mitkriege, Munchkin ist meines Erachtens eine Erweiterung für Rollenspiel und dergleichen, also das Ding, das kann ich schnell einmal spielen irgendwo, und das kann ich auch mit Leuten spielen, die jetzt halt vielleicht eher Kartenspieler sind, eher Brettspieler sind, die halt nicht so unbedingt Rollenspieler sind, und die finden es auch lustig, weil das Spiel an sich lustig ist, aber sozusagen diese zweite Ebene des Humors, zweite und dritte Ebene, die kriege ich halt nur dann mit, wenn ich auch die Quellen kenne, aber ich kenne auch viele Leute, die gerne Munchkin spielen, die jetzt keine Rollenspieler sind, für mich ist zum Beispiel Magic, jetzt so wie es ich beobachte, auch wenn es viel Überschneidungen gibt, also ich kenne viel Leute, die gerne Magic spielen und Rollenspielen, aber der Kern Magic-Spieler kommt mir manchmal vor, ist jetzt nicht unbedingt der Rollenspieler, das ist ein komplett separates Hobby, also genauso wie es jetzt bei diese Kern-Brettspieler gibt, die halt einfach Brettspiele sammeln, Ende nie, und vielleicht einmal Rollenspieler haben oder nicht, aber eigentlich keine Rollenspieler sind, sondern primär Brettspieler sind, so ist für mich jetzt die Magic-Spieler, und Magic, wie gesagt, da geht es, ich sage es mal so, bei Munchkin ist es so, ich kaufe halt die Packung, ich weiß, was drinnen ist, und ich spüre mit dem, was da ist, und kann halt dieses Kartenspiel, wenn es mal lustig ist, um andere Themen oder um Erweiterungen eben erweitern, aber ich habe zum Beispiel dieses Deck-Building, das ja bei Magic da ist, habe ich da einfach nicht, also drum ist das für mich schon was anderes, und ich glaube, dass das Munchkin einfach auch so eine gewisse Modeerscheinung war, es ist damals extrem gepusht worden, wie es rausgekommen ist, also das war auch, ich meine, ich war damals auf die, ich glaube, auf ein oder zwei Spiele-Messen in Essen, und grundsätzlich kann man sagen, also wenn was auf der Spiele-Messen in Essen gepusht wird, ist es auch in der Brett- und Rollen- und auch Kartenspielerszene durchaus verhaftet, also das kommt an, weil dann einfach die ganzen Fan-Netzwerke auch darüber berichten und so weiter, und das muss man schon sagen, das war damals einfach so, es hat dann auch, keine Ahnung, Sonderkarten gegeben, also wenn man dann mitgespielt hat, eben bei einem Turnier, hat man auch eigene Karten gekriegt. Ich kann mich erinnern an diese Lesezeichen und ähnliche Geschichten. Ja, ganz genau, also es hat dann auch, genau zu jeder am Anfang, an Edition, das haben sie gemacht, fürs Fantasy, fürs Star-Munchkin, fürs Cthulhu, fürs Munchkin-Bites, das ist mehr so und so Vampir und so weiter, und fürs Pirate-Munchkin, glaube ich, haben sie das Letzte gemacht. Da hat es eben so entsprechende Lesezeichen gegeben, die man dann auch entsprechend hat einsetzen können. Es war dann auch so, also keine Ahnung, wenn man ein Munchkin-T-Shirt angehabt hat, dann hat das auch einen Vorteil gebracht und so weiter. Also sie haben da wahnsinnig viel gemacht, dass du einfach auch das Ganze integrieren so in die Richtung, was extrem lustig war, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn da wieder einer daherkommt, ja, aber ich habe das T-Shirt an und darum passiert jetzt das und so weiter. Das hat einfach gepasst in die Richtung. Es hat damals auch, also Munchkin ist ja in, also wird ja im deutschsprachigen Raum von Pegasus, wenn ich mich jetzt nicht recht deutsch, verlegt. Und Pegasus-Spiele hat ja immer schon, sage ich mal, einen sehr guten Einfluss auf den Markt gehabt. Also die wesentlichen Dinge, wie zum Beispiel Cthul und so weiter, kommen ja vom Pegasus-Verlag. Jetzt im deutschsprachigen Raum. Und die haben damals auch was gehabt, das hat sich genannt, ich weiß jetzt gar nicht mehr so, das waren im Prinzip Fans, die halt sich anmelden haben können und dann Promoter in Wirklichkeit. Also Supporter. Ja, danke, Supporter hat das geheißen, Supporter oder Promoter. Das ist ja so, da hat man sich damals anmelden können und hat dann in Wirklichkeit, indem man Munchkin-Turniere veranstaltet hat, bei Messen auf dem Munchkin-Stand halt da supportet hat und die Leute das Spiel erklärt hat und so weiter, hat man halt Punkte gekriegt, die man dann im Pegasus-Shop hat einlösen können, was ein ziemlich gutes Geschäft hat, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe das einmal eine Zeit gemacht und ich habe dann einmal wirklich eine relativ große Bestellung im Prinzip für Zero Euro gekriegt, was ziemlich cool war. Solche Support-Programme hat es dann, gibt es zum Beispiel auch, oder hat es geben auch für Siedler von Katan, hat es auch geben für, was gibt es noch, irgendeinen anders, also generell Rundspiel-Supporter hat es bei Pegasus eigentlich immer geben, also was ich für Shadowrun und eben für Cthulhu, ich glaube bei Magic gibt es das auch, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ja, also so Support-Programme, genau bei Heidelberg, Heidelberger, das sind die Heidelbeeren, die dann auch immer Spiele erklären, das ist vor allem auf die Messen interessant und da war es dann auch so, dass halt die Leute, die jetzt Supporter waren, halt auch recht, weil die werden dann auch immer so Geschichten, also die haben dann eben so Beginnerboxen auch gekriegt und so weiter und selber halt Lesezeichen und so oder selber Sonderkarten, da war einfach für die Leute auch ein gewisser Drive da, dass man sagt, man bringt das manchkern in die Community und ja, also. Naja, das mit den Support-Programmen, das haben eigentlich, was ich mitgekriegt habe, gerade bei der Rollenspielverlage im Prinzip eigentlich fast alle gemacht, die irgendwie deutschsprachig waren oder einen deutschen Vertrieb gehabt haben in Wahrheit und eine gewisse Größe überschritten haben. Naja, das stimmt. Es ist einfach, dass du natürlich als Rollenspielverlag da trotzdem, glaube ich, die Werbung und die Manpower vielleicht oft nicht ganz so leisten kannst und wenn du dann sagst, du hast Leute, die eh von denen begeistert sind, die das auch gern machen und du kriegst, du gibst denen was dafür, haut das schon hin. Also ich sehe das als unproblematisch. Ja, es ist die Frage, wie es zukünftig wird in der Richtung. Ich weiß, dass viele Support-Programme zurückgefahren worden sind und manche Firmen, die sich anders lösen oder komplett eingestellt haben, schon im Vorfeld, bevor die ganze Geschichte das da gekommen ist. Ja, ich muss sagen, was ein bisschen das Thema ist, ist das, dass gerade am Anfang oft Support-Programme sehr großzügig funktionieren, also wo du sehr einen guten Return of Investments sozusagen hast und das manchmal dann ein bisschen einschlaft, wo du dann auf einmal sozusagen dann irgendwie was machst, dass dann diese Support-Punkte, die du kriegst, weniger wert sind und so weiter und so. Also das ist immer so ein Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, ich habe irgendwann einmal zum Supporten für ein Munchkin aufgehört, einfach weil die Zeit nicht mehr da war. Das ist aber, ja, ich muss sagen, nach wie vor meine Begeisterung für Munchkin ist einfach da. Ich meine, ich habe jetzt nie, muss ich ganz ehrlich sagen, das klassische Munchkin gehabt. Ich habe es ein paar Mal gespielt, habe ich es nie gehabt. Meins war, meine Grundversion war immer das Munchkin-Ktool und das Star-Munchkin und jetzt eben ist Munchkin, war ich immer 40.000. Aber ich meine, war ich da so sicher, ja, Steampunk-Munchkin oder Munchkin Os, oder, ja, was gibt es sonst noch? Ja, Munchkin Apocalypse mit Judge Dread und Masel-Text, die würde ich mir schon kaufen. Nur, bei mir ist es halt immer so, ich, wie soll ich sagen, ich habe die Karten nicht mehr auf Deutsch gekauft und ich will sie jetzt auch relativ wenig eigentlich mit englischen Karten mischen. Das fällt mir zur Zeit ein bisschen so ab, jetzt warte ich nicht mehr, was rauskommt. Und stellen wir, es ist eben so, dass leider die Booster eben nicht rausbringen auf Deutsch. Das wäre eigentlich eine für meine nächsten Fragen gewesen im Sinne von, eben auf Englisch hat man natürlich, ist eh ganz klar, einiges mehr Auswahl beziehungsweise sicherlich ist da eine höhere Verfügbarkeit und das Mischen zwischen Deutsch und Englisch bei Systemen ist, stellen wir es schon ein bisschen blöd. Ja, weil es geht, in Wirklichkeit. Also das, was ich jetzt gesagt habe, das ist halt nur Bequemlichkeit. Also man kann es ohne Probleme mischen. Ich habe auch gewisse Promokarten, die ich halt nur auf Englisch gekriegt habe, die es halt nicht auf Deutsch gibt, die sind halt drinnen und das ist egal. Ich glaube zum Beispiel auch, dass jetzt grundsätzlich die englischen Versionen oft nicht so schlecht sind, weil der ganze Wortwitz oft in die deutschen Übersetzungen, also sie bemühen sich so extrem, also das ist ein wahnsinnig hoher Level, aber stönerweise dieser Wortwitz, ich sage einmal, bei einer Karten von 30 oder so ist wahrscheinlich die englische einfach lustiger wie die deutsche. Ja, also ich sehe es ja auch schon, wenn ich mir jetzt den englischen Titel nur für die Titeln hernehme, also die englischen zum Teuschen, wenn ich sage Munchkin Blender, ist für mich her ein bisschen anders als Munchkin im Mixer, da fehlt der Wortwitz ein bisschen und genauso, das Munchkin, zwar heißt ja Unnatural Axe, abartige Axt, eher unnatürliche Axt, aber dann ist es wieder kein reißerischer Titel und man merkt und man merkt sich auch stönerweise bei manchen Karten eben aufgrund des D&T-Bezugs dass da schlichtweg sehr eigenwillige Übersetzungen sind. Ich gehe auch davor aus, dass du das eigentlich ohne Probleme spielen kannst, weil die Karten ja keine Regeltiefen mitgeben. Sie haben extrem viel rausgebracht, also ich hätte nicht geglaubt, dass in die 20 Hörbüse es gibt so viel rausgeschossen haben, das ist schon irre. Nein, das hat mich auch jetzt ein bisschen, muss ich sagen, weil ich habe mir auch im Vorhinein zu diesem Podcast mal Wikipedia beziehungsweise auch die Munchkin-Website und so weiter angeschaut und es gibt extrem viel, das ist ein Wahnsinn. Jetzt rein, wenn man nur auf Englisch schaut und auf Deutsch gibt es auch extrem viel, weil trotzdem muss man sagen, Pegasus sehr viel einfach auch übersetzen und produziert hat, muss man sagen. Meine letzte Anschaffung war eben Warhammer 40.000 und zwar Warhammer 40.000 inklusive der ersten Erweiterung Glaube und Geballer. Das, was ich jetzt noch sagen muss, also grundsätzlich ist ja Munchkin ein sehr einfaches Spiel, weil ich brauche im Prinzip, wie wir geredet haben, eigentlich nur ein Grundspiel, eines der vielen in Wahrheit, an sich seitigen Würfel und das war es in Wahrheit dann schon wieder. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Der Bequemlichkeit habe ich vielleicht ja, der Bequemlichkeit halber vielleicht noch einen Countdown als es irgendwie war, damit ich weiß, welches Level, das ich gerade aktuell habe, das kann mitunter recht spannend sein. Da eignet sich ja natürlich auch ein 10-seitiger Würfel oder ähnliches, falls es ist, weil selbst beim Stufenaufstieg kann man schummeln und das steht auch in den Regeln drinnen. Es gibt da zum Beispiel eigene 10-seitige Würfel, die sind ungefähr doppelt so groß wie ein normaler 10-Seiter, quasi dann der Munchkin-Kopf, also diese Logo vom Munchkin mehr oder weniger auf das vom ersten Munchkin kommt, dann drauf ist sozusagen, dass man es geschafft hat. Aber es muss ja auch nicht beim Level 10 enden in Wirklichkeit. Es gibt ja das Epic Munchkin auch, das ist auf Englisch glaube ich heißt Munchkin go up a level und auf Deutsch glaube ich heißt eben Epic Munchkin, wo man dann quasi Stufe 11 bis 20 spielen kann, wo man im Prinzip dann Epic Level Fähigkeiten dazu kriegt. Die sind stöhnenweise sind sie eben rausgebracht worden, Munchkin go up a level, also Epic Munchkin. Es hat aber dann eine Erweiterung gegeben, die es glaube ich nur zum Ausdrucken gegeben hat. Die hat es dann nicht auf Deutsch gegeben, aber auf Deutsch hat es dann eben zusätzlich das gemacht. Ich glaube wir haben sogar mal dann gerade Munchkin gespielt, wo wir dann bis Stufe 30 gespielt haben oder so. Da haben wir dann eigene Regeln ausgedacht, das war aber dann schon ziemlich wild. Das kann man gut vorstellen, ja. Ja, absolut. Also grundsätzlich muss man sagen, wenn ich jetzt einen Munchkin Charakter im Prinzip spüle, dann bin ich ja wie wir gesagt haben, das Geschlecht und die Rasse am Anfang, was man darstellt. Man kann das Geschlecht genauso verändert bekommen wie die Rasse beziehungsweise halt eine andere Klasse oder mehrere Klassen kriegen. Und was ich zum Beispiel auch richtig finde, ist, es gibt ja weiter vorher, wenn wir das ein bisschen zurückspülen, nicht nur das Thema mit, es gibt Gegenstände, die halt nicht nur Rassen- oder Klassenbezogen sind, sondern auch geschlechtsbezogen. Also es gibt, genau, es gibt auch Dinge, die du nur geschlechtsbezogen tragen kannst, was recht nett ist, weil, ich sage mal so, also Rasse und Klasse, die kannst du zu einem gewissen Grad kontrollieren. Weil du kannst einfach sagen, also wenn du jetzt eine weitere Klassen- oder Rassenkarte hast, dann kannst du sagen, okay, ich will jetzt kein Zwerg-Baba mehr sein, sondern ich will jetzt Elfen-Zauberer zum Beispiel sein. Und dann quasi legst du die zwei Karten ab, also die musst du da wirklich weggeben, nicht irgendwie in deinen Rucksack, sondern die gibst du da weg und dann kannst du sagen, okay, passt. Und jetzt Geschlecht kannst du aber eigentlich nicht so ändern. Also Geschlecht, das ist wie immer, sage ich mal, von außen kontrolliert, weil du brauchst eben, ich bin mir sicher, ich glaube, es ist ein Fluch. Es ist ein Fluch, ja, ändere dein Geschlecht, ja. Ändere dein Geschlecht, ja. Ich meine, es gibt theoretisch auch dann, ich weiß jetzt nicht, ob es, es gibt zum Beispiel einen Wunschring, der einen Fluch rückgängig machen kann. Ich weiß aber nicht, ob der dann sozusagen das auch entspricht. Also wahrscheinlich kennt man dann da eine gewisse... Das ist möglich, ja. Also eine gewisse Möglichkeit. Es gibt ja auch den einen Ring und den anderen Ring. Ganz genau, ganz genau. Und die Buchhalter des Bösen. Ganz genau, ganz genau, der Buchhalter des Bösen. Nein, also ein Munchkin macht im Prinzip auch schon Spaß, wenn man es nur die einzelnen Karten durchschaut, auch wenn man es nicht spielt. Weil die Zeichnungen sind absolut fesch und einzigartig und der Wortwitz, auch wenn er hin und wieder ein bisschen hinkt im Deutschen, aber grundsätzlich sind die einfach nur wunderschön gemacht. Ja, das stimmt. Wen würdest du Munchkin nicht empfehlen? Das ist jetzt eine gute Frage. Empfehlen kann man es ja grundsätzlich, jeden, der Spaß am Kartenspiel hat, beziehungsweise ein bisschen, ich meine, in Richtungstechnisch ist es ja abgebildet, ist es möglich, egal ob es Fantasy oder Science-Fiction haben will, Horror oder Vampire oder was, oder Piraten, also grundsätzlich deckt Munchkin das ja jetzt schon komplett ab. Aber wer sollte oder wer wird wahrscheinlich keinen Spaß drauf haben? Wer keinen Spaß drauf haben wird, also ich möchte jetzt einmal vorausschicken, dass ich schon von Leuten gehört habe, sie spielen Munchkin, wo ich es nie erwartet hätte. Also das ist ganz witzig, ist mir erst vor einiger Zeit wieder passiert, wo wer sagt, ja und er hat dem jetzt ein Munchkin gespielt und ob ich das rein zu viel auch kenne, sage ich, hey, zehn Sätze daheim mindestens, ja, danke. Und das ist ja lustig, ja, irgendwie. Ich glaube, jetzt zu sagen, also dieser Type von Leuten kann ich Munchkin nicht empfehlen, schwierig, also da fällt mir keiner ein, das würde mich so ziemlich jeden spülen. Ich glaube, es gibt Leute, die nicht verlieren können, das ist schwierig. Also wenn ich jetzt zu einer bin, der wirklich so dieser Powergamer ist, der ja da aufs Korn genommen wird, also der ein Problem damit hat, wenn er im Rollenspiel quasi schlechter aussteigt wie alle anderen, also der so auf Sieg und Gewinnen getrimmt ist und der quasi auch nicht über sich selber lachen kann, ja, und der es nicht vertragt, wenn irgendwer einem, sag ich jetzt mal, so eine Scheiße, die sind sicher schlecht, also die haben dann ein Problem, ja, weil in Wirklichkeit, also wenn ich da zusammen sitze mit meinem Freund oder Mitspieler, da geht es einfach hoch her, ja, ich meine, da bin ich kurz, kurz davor, dass ich auf Level 10 aufsteige und habe schon alles gegeben, ja, und dann auf einmal grinst, der mir gegenüber bläht und haut mir genau die eine Karte rein, was man dieses ganze Konstrukt sozusagen wieder zusammenhaut, ja, und da muss man einfach sagen, man muss über sich selber lachen können, man muss, und man darf das, was da gemacht wird, nämlich das eine Scheiße, das andere Leitbehindern, das Unfair Spülen, das darf man einfach nicht ernst nehmen, wenn man das ernst nimmt, wenn man da einfach jetzt nur so der Taktiker ist, der ganz der Arge, der da das Bier ernst nimmt, dann glaube ich, schwierig, dann glaube ich, hat der keinen Spaß, wobei das gilt ja nicht nur für den Mannschaften, also ich glaube, dass alle Spiele, sei es jetzt ein Kortenspiel, sei es jetzt ein Brettspiel, sei es jetzt ein Rollenspiel, egal ob das jetzt kompetitiv ist oder nicht, ich glaube, dass bei jedem Spiel einfach im Vordergrund stehen sollte, man verbringt, das hört sich jetzt fast ein bisschen philosophisch an, man verbringt einfach eine Zeit miteinander und so dieser sportliche Gedanke, es gewinnt einfach einer, wenn es jetzt ein kompetitives Spiel ist, und das passt auch so und aus und nicht angefressen sein dann oder so und auch nicht angefressen sein, weil irgendwer wem eine scheißt oder so, es bringt jetzt nichts, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich spüle und meine Frau mitspielt und sie legt mir halt die Karten hin, dass sie mir total eine haut, ja, das ist halt auch so, weil es das Spiel hergibt, aus und das passt eigentlich, wenn ich das nicht vertrage und das nicht verputzen kann, dann habe ich ein Problem, dann kann ich das nicht abstrahieren genug und dann soll ich das nicht spielen, satirisch gemacht, das war super, das war echt super, Okay, das ist wirklich super, also wo der sagt, nein, das ist Combat und wie schaut es da aus und so weiter, was ist das aleatorische Element dabei und so weiter, das Glücksmoment und wie kann ich meine Armee aufstellen, die halt aus vier Pömpel bestehen und so weiter und welche Möglichkeiten habe ich den anderen anzugreifen und so weiter, das ist ziemlich lustig, aber das ist schon einige Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt gerade ein bisschen geguggelt und da sind wir bei 2007 oder sowas. Ja, genau, das kann sein, das kann sein. Irre. Ja, man, gut, man kann über viele Themen sehr lange reden, aber das habe ich einfach ziemlich lustig gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, wer Munchkin spielt, ist ja eh schon bewusst, dass damit das eigene Hobby aufs Korn genommen wird und genau das ist es auch und darum soll es auch wenig ernsthaft sein. Definitiv, es ist ja ein wunderbares Spiel, es ist das Nebenbeispiel oder auch ein Spiel, was man spielen kann, wenn man auf andere Mitspieler auf einer Rollenspielrunde wartet weil derjenige oder diejenige im Stau steht oder vielleicht noch ein bisschen länger arbeiten muss bevor das Spielrunde anfängt oder einfach so zwischendurch, wenn man Lust auf irgendein lustiges Thema hat. Genau, also ich mache es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich irgendwas auf einer Rollenspielkonvention oder so fahre, also ich fahre zum Beispiel einmal im Jahr auf die Anrufung, das ist die Cthulhu-Convention in Deutschland und da ist eigentlich das Munchkin Cthulhu immer einbockt. A, weil es nicht viel Platz mitnimmt und B, weil es einfach trotzdem immer sein kann, dass irgendwas ausfällt und dementsprechend man sich da einfach so beschäftigen kann und da bin ich definitiv nicht der Einzige, der das macht. Mitspieler drei bis sechs Spieler, hast du schon einmal eine Runde gehabt mit mehr als sechs Mitspielern? Ja, wird aber dann, also bei diesem Munchkin Hold'em, bei diesen Mega-Munchkin-Events quasi, die ich dann versucht habe, da habe ich dann glaube ich wirklich auch schon acht Spieler oder sowas gehabt, ist nur insofern problematisch, weil es dann einfach eine Runde, also ein Durchgang wahnsinnig lang dauert und es ist halt so, man hat trotzdem ja immer nur in seinem eigenen Zug primär was zu tun und man verliert dann im Laufe der Zeit ungefähr die Hälfte der Spieler, sage ich jetzt mal inhaltlicher Wengerl, weil die halt dann einfach nicht so das Interesse daran, was ich verstehe. Also ich sage einmal so, drei bis sechs Spieler, drei ist fast ein Wengerl-Wenk, ich würde jetzt sagen vier bis fünf Spieler ist fast der medialsten. Also sechs, das zögert dann gewisse Dinge auch schon lang hinaus, aber ja, es geht. Also im Endeffekt für jede Kleinfamilie ja absolut interessant. Ich glaube, man lernt auch viel in Richtung Konfliktmanagement. Das kann man gut vorstellen, also wenn ich das mit ein paar Spezielleren oder anders gesagt, wenn ich das eben mit Personen spiele, die verlieren lernen müssen. Ja, ganz genau. Das ist sehr viel. Verlieren, mit unfair, Fairness in Wirklichkeit umgehen und so, weil das ist halt schon interessant, wenn man dann sagt, naja, das ist ja mein Freund und der wird das nicht und das sind dann, die machen das natürlich logisch, ich würde das auch so machen. Gibt es sonst nur irgendwas von deiner Seite hier? Spielt es mein Skin. Dann würde ich sagen, ich danke. Jo, ich danke ebenfalls. Danke, dass wir überhaupt dabei sein dürfen und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wo ich sicher auch wieder irgendwas erzüllen kann oder so. Definitiv. Wunderbar. Danke dir. Ciao. Perfekt. Du dann. Ciao. Servus. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentweter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast at drachentweter.at. Bis zum nächsten Mal. Euer Drachentöter Mike. Bis zum nächsten Mal.